Hallo Leute, ich bin Diana und ich bin heute im Namen von MTP als Schneewittchen unterwegs. Ich mache nämlich für euch ein What's in my Bag der MTP Rewe Tüte. Wenn ihr auch so eine haben wollt, dann solltet ihr unbedingt am Dienstag oder Mittwoch zur Uni kommen oder am Donnerstag zur TH, da werden die nämlich verteilt. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt direkt mal an, was da so drin ist. Dann schauen wir uns mal ein paar Sachen an und ich sehe schon direkt was sehr Leckeres. Und zwar ist hier eine Tomatensuppe von Knorr drin. Also, falls ihr mal vergessen habt einzukaufen, dann könnt ihr dann euch die immer ganz schnell abends machen. Und auch was als Student nie fehlen darf, Kaffee. Hier haben wir jetzt von Chivo so leckeren Kaffee. Also, ja, den mache ich mir morgens auch immer. Und zum Snacken, auch ganz toll, haben wir hier von Mr. Tom so einen Riegel. Und die finde ich wirklich mega lecker. Also, ja, hier ist wirklich echt alles dabei, was man als Student gebrauchen kann. Zum Beispiel auch noch ein Notizblog. Der ist jetzt von Horbach und da könnt ihr euch ganz viele hilfreiche Sachen hoffentlich aufschreiben. Und wenn ihr nochmal was zum Lesen und zum Informieren sucht, dann habt ihr auch hier die Audi Max Libi Zeitschrift. Da findet ihr auch ganz viele interessante Artikel und so weiter. Also, ja, schon mal ganz coole Sachen dabei. Aber es geht ja auch noch weiter. Wenn ihr abends mal mit anderen Studenten unterwegs seid, haben wir in dieser Tüte auch noch ein paar sehr coole Sachen. Zum Beispiel von DOSMAS hier einen Short. Und das sieht schon allein super niedlich aus und schmeckt bestimmt auch ganz gut. Und was man auch nicht vergessen sollte, sind Kondome. Die sind jetzt von Durex. Also wirklich, diese Tüte. Ja, ihr könnt eine Woche aus dieser Tüte leben, was hier alles drin ist. Ich habe dann auch noch ganz viele Snacks. Zum Beispiel diese Kruspers. Die sind jetzt von Funny Frisch. Und auch noch weitere Snacks. Zum Beispiel Knick Knacks von Lorenz. Und die sind jetzt von der Deutschen Bildung gesponsert worden. Wir haben aber auch noch ganz viele andere Sachen auch im Beauty-Bereich. Zum Beispiel von DARF eine reichhaltige Pflege. Also, ja, wirklich, diese Tüte ist der Hammer. Hier ist zum Beispiel auch noch von Sakrotan sowas ganz Tolles drin. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass die auch Duschgel machen, was wirklich gut riecht. Das ist jetzt die Duftrichtung Limette und Zitrone. Und was haben wir hier noch drin? Zum Beispiel von Klarheit ein Flyer. Ja, und die machen sowas wie einen Kalender und Live-Coach in einem. Also, da könnt ihr euch auch gerne mal informieren. Und ich wäre ja nicht Schneewittchen, wenn ich nicht auch noch einen Apfel für euch hätte. Die bekommt ihr dann von den ganzen MTP-Studenten. Und die werden uns von Rewe zur Verfügung gestellt. Also, ja, wenn in dieser Tüte nicht alles dabei ist, wovon ein Student träumt, dann weiß ich auch nicht. Aber ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Tüten. Und viel Spaß in der ersten Uni-Woche. Bis dann, euer Schneewittchen. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020